Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Schönen Rotwein, den lieblichen aus dem Tetra-Pack. Da habe ich vor Jahren mal selbst Geschenke gekriegt. Ich brauche noch Geschenkpapier. Habt ihr Geschenkpapier mit? Kein Geschenkpapier? Geschenkpapier haben wir. So, und? Wie ist das schön? Naja, kann man das nicht so schenken? Das ist wunderbar, das bleibt so. So, jetzt müssen wir auch mal langsam los. Komm! Ja, okay. Leidet mein, ich muss mir nach uns hingehen. Tada! Fertig. War die Sonnenbrille zu dick aufgetragen? So, besser? Ja, okay. Oh, die Schuhe. Naik. Ah, die haben wir auch geholt noch von dem Restkredit. Dann haben wir den Panzer gekauft, aber halt mir leid. Alter, von Holger. Stopp! Stopp! Oh, das ist mir nicht. Ja, es ist mir nicht. Shit. Komm, was ich gemacht da? Dann fahren wir mal los hier. Fahr doch mal! Hier, halt mal das Geschenk. Geht da so mein Fenster auch durch, ne? Hey! Ich hab da gesehen. Wo fahren sie an Weihnachten, die Schweine? Kommt gleich der Nächste. Ist hier auch rot! Die ganzen glücklichen Familien. Alle fahren da. Warum steht denn der da? Herrlich, ey. Mann, fahr doch mal weg in die Seite. Hey! Na ja, okay. Wir fahren jetzt zu der Familienfeier. Weihnachtsfeier. Boah, ne. War mega. Mach auf. Pro Weihnachten, ne? Alles hier. So. Mann, fahr doch! Mann, ey! Ich hab gar keine Blumen mit. Das heißt, meine Mutter habe ich Blumen vergessen. Scheiße. Ja, irgendwo. Oh, ja. Blumen. Krass, gut. Steht sogar frohe Weihnachten drauf. Ah, Blumen für meine Mutter. Lieber weg erstmal. Ich bring dir Blumen mit. Haha. Ah. Ah, jetzt sind wir da. Aufgeschissen.